Ich baue jetzt einfach mal was Meeeeeeeeetalgaaaaaaard Was baue ich? Mhhh 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 Schildkröten Wo seid ihr, ihr Schildkröten? Schauen wir mal in die Wälder hinein und gucken mal ob's da was kommt Oh, da sind Gegner Oh Gott Da kommen 5 oder 6 Leute Richtung unser Haus Da ist ein Alligator Was geht denn hier ab? Haben die einen Alligator getrainiert oder was? Da unten am Wasser Jetzt traue ich mich auch nicht mehr ins Wasser, super Wer baut denn hier Zeugs neben meinem Grundstück? Das äh Frying Shack Dingern hab ich gebaut Warum brauchst du Zeugs neben meinem Grundstück? Ich mein, ich kann ja schon damit leben, dass ihr meine Nachbarn seid, ne? Aber Warum liegen dann Leute wieder Leichen in meinen Dingen? Hahahaha Dann wohne ich da auch bei dir im Haus? Nein, du wohnst nicht bei mir im Haus Ja Nein Nein So, ich begib mich dann nochmal auf die Reise Hahahaha Hahahaha Muss ich direkt übertreiben, ne? Ich möchte sagen, Ocean verschwendet all unsere Ressourcen, um ein größeres Haus zu bauen, als wir haben Diese Ocean immer, das ist unglaublich Ich möchte nur darauf hinweisen Ich möchte auch darauf hinweisen, dass du vorhin nicht kam, um Sniper zu helfen 82 Loks, Desiree 82 Loks 89 89 Loks Das ist die Tippe, die Tolle Das ist die Tippe, die Tolle Haben wir den Meerkopf, die sind bei anderen Typen auch getötet? Wer hat die ausgezogen gerade? Äh Ich nicht! Was? Ich hatte sie nicht klar ausgemessen Wir haben sie direkt ausgemacht Trägt sie weg Bende, was machst du mit der Frau? Ich hab tatsächlich Klo, dass ich mit habe, die hatte ich vorher schon Bambi stirb Zack Fick Ich pieks ihn, ha? Na? 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 Schönen in den Arsch In den Arsch In den Arsch Zack Und er sei wegdeputiert worden, warum auch immer Hier rollen Köpfe Wir können Bowling spielen, Leute Endlich Ich kann keine mehr Nicht noch mehr Köpfe Ähm Ich geb dir ne Ohrfeige Bleib mal stehen Hahahaha Mach Er liegen noch Arme Meine Arme Hier, willst ein Rehkorb? Nein, danke Äh, habt ihr die Mauer hier geupgradet oder was ist hier los? Ja, äh, das ist jetzt äh Richtige wehrfähige Mauer sozusagen Wehrf? Was soll das denn heißen? Schießen die zurück? Nein, das ist äh Das andere ist ne Baumauer und das hier ist jetzt ne Moment Wir haben die ganz Oh nein Hahaha Aua, ich brenne Hahaha Was denn? Wir haben unsere Wir haben unser Lager abgeschirmt mit ner Hausmauer Ja Hahaha Oh Gott Oh Gott Aber ich liebe solche Erkundungs Gems Ja ja Vollen die�em dass das ist richtig schön hier Ähm Hhohohohohohohohohohohohohohohh Ihr seid so scheiße Ihr seid so scheiße Wir sind so unglaublich scheiße Ich aun hab das auf steam gekauft ach so okay ja gut das ist mir noch zu viel dann viel spaß hier bei mir ist ein baum bei mir schon hier